Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zum gelben E-Town. Gelb. Gelb, ja. Ich hab mir mal eben hier die Blase ein bisschen geleert. Hör, okay, auf dem Feld wird nichts wachsen. Unseren Vorgarten mal ein bisschen gedüngt. Es dampft auch noch so ein bisschen. Ja, es dampft irgendwie so. Ist noch ein bisschen warm. Lecker. Nicht so wirklich schön, oder? Nee. Ich hoffe, dass du das nicht nochmal machst. Müssen wir nochmal ein bisschen überdenken, das Prinzip, ne? Also wir haben jetzt so vor der Aufnahme gesagt, Mensch, wir müssen ja eigentlich mal ein bisschen mehr so Fäkalsprache hier in das Let's Play reinbringen, weil das ist ja viel zu wenig. Und da haben wir so gesagt, ja, das können wir ja mal machen. Irgendwie. Das war jetzt so ein Vorschlag, aber war jetzt auch doch ein bisschen too much. Ja, ein bisschen, ganz kleines bisschen. So, und ich habe herausgefunden, hier muss erstmal Gras über die Sache wachsen. Ehe man hier ein neues Ambrosium platzieren kann. Deswegen dauert das jetzt erstmal ein bisschen. So ist richtig. Ich baue jetzt zwar gerade unser ETA-Portal zu, aber egal. Und ich muss dann erstmal, also bevor ich dann, ich baue hier noch einen Weg runter. Hier kommt dann ein Weg runter und da können wir dann von unten, von dem Gang hier direkt aufs Feld hochgehen und so weiter und so fort. Also das wird alles ziemlich vernetzt. Äh, ja, connected future sozusagen. Genau, wir sind die Zukunft. Oder auch nicht. Ja, wir bringen in ETA ein bisschen Technik rein. Quasi. Habe ich schon mal erwähnt, wie geil das Gras hier aussieht. Ach du Scheiße. Warst du in deinem Shader oder was? Entschuldigung. Ne, es ist glaube ich, ist das der Shader? Du bist fies. Ich kann auch irgendwas anderes sein. Du bist fies, weißt du das? Ja. Ich hab keinen Shader. Sag bloß. Ja. Sorry. Ich höre schon auf. Haben wir blaue Wolken? Ähm, müssen wir eigentlich. Jetzt haben wir ja erstmal weiße Wolken, die mir auf den Sack gehen. Wo bist du denn unten? Ne, ich bin über deine Brücke gegangen. Über sieben Brücken musst du gehen. Ne, ich hab schon. Ich bin jetzt schon ready. Und ich suche jetzt hier Büsche und so. Und Orangenbäume. Äh, wo bist denn du? Ich schüpf hier oben so rum. Ah, hab dich, hab dich. Hallo. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Hallo, nein, nimm aus. Doch, ich krieg dich. Nein. Außerdem bin ich schneller oben als du. Verdammt. Ach, da hinten kann man lang gehen. So, dann schauen wir uns nochmal ein bisschen was um. Alter, hier sind so viele Wolken unterwegs. Oh, hier sind noch ganz viele Büsche unterwegs. Böckchen, Böckchen, Böckchen. Ich brauche einen Löffel. Bringe er mir einen Löffel. Ich hab einen Löffel quasi in der Hand, deswegen kann ich die auch so. Das ist die Erklärung, Alter. Die Schaufel sieht aus wie ein Löffel und deswegen kannst du sie so gut abbauen. Die ETA-Entwickler haben sich was gedacht bei dem Witz. Die können denken. Bei dem Witz, ja. Echt? Die haben die Werbung gesehen und haben gesagt, das müssen wir einbauen. Ja, auf jeden Fall. Also, das könnte ich mir jetzt auch nicht irgendwie anders erklären. Nein. Vor allen Dingen, weil sie aus Amerika kommen und das eine deutsche Werbung ist. Das unterstützt deine Argumentation nicht wirklich. Es gibt so Argumente. Um das Thema von der letzten Folge nochmal aufzugreifen. Känguru! Geilste Akku, geilste Überleitung ever. Um das Thema von letzter Folge. Äh, Känguru! Baa! Geil. Oh Gott. Sind die böse? Nein. Kann man die töten? Ich kann wieder mal nichts abbauen. Ich kann wirklich nichts abbauen. Das muss ich mir im Nachhinein in der Bahn hören. Ich komme gerade überhaupt nicht drauf klar. Der Server ist ein bisschen am Spacken gerade. Kann das? Ja, der Server ist ein bisschen am Spacken. Oh, du bist weg. Ja. Das ist wieder typisch Nitrado. Zuverlässig. 24 Stunden am Tag. Ja, zuverlässig bis zum Gehtnichtmehr. Ja, ja. Was kommt denn da raus, wenn ich diese Kängurus töte? Also, jetzt habe ich wieder... Äh... Jetzt habe ich schon die 27 FPS. WTF? Ich habe 32. Alter, können diese fremden Kängurus mal stehen bleiben? Ich will wissen, was passiert, wenn man euch killt. Da kommt... Kostet gar nichts, glaube ich. Alter! Wölkchen, ne? Ne? Drei Stück! Drei Stück! Ich bin... Die mögen dich halt. Drei Herzen. Ein Herz für Wölkchen. Ja. Ich muss gerade mal hier ein bisschen was zubauen. Ja, man kriegt nur Geld und EP. Oh Gott! Alter, ich mache hier einen Abgang. Das wäre mir zu viele Wolken. Ich habe hier... Ich bin jetzt safe. Ich muss jetzt nur noch... Ich noch nicht wirklich. Ich hoffe, dass ich jetzt nur irgendwie hier rüberkomme. Ich muss jetzt auch noch wegklatschen, die Bitches. Ähm... Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Verdammt, noch eins. Da bin ich überhaupt. Ach, hier bin ich. Dann müsste jetzt gleich irgendwie die Brücke kommen, eigentlich. Irgendwo. Demnächst. Ich klatsche euch weg! Junge! Junge! Ich klatsche euch weg! Was ist da los? Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Wein! Doch, tot. Ich will nicht sterben. Ach, Dankeschön. Die Wolken helfen mir sogar. Sie pusten mich den Berg hoch. Ja, geil. Dankeschön. Alter, dieses Wölkchen, ne? Dieses Wölkchen? Dieses Wölkchen? Ich habe gerade fünf neben mir und die versuchen... Ich habe jetzt schon fünf getötet. Und gleich bin ich tot. Und sie leben immer noch. Alter. Fuck. Das ist schon krass. Was ist das denn hier? Wo bin ich gefallen? Wo bin ich gefallen? Ich habe keine Ahnung, wo ich gefallen bin. Mach dir eine Diamantschaufel, Alter. Gib mir mal eine Schaufel. Ich muss mal gleich Wölkchen löffeln. Alter, mach dir eine Diamantschaufel. Ja, mache ich ja gleich auch noch. Aber ich muss jetzt eben gucken, dass ich meine Sachen wieder kriege. Ich bin jetzt quasi ganz weit weg. Warte, ich komme wieder. Ne, passt. Mach dir sauer. Ich weiß nicht, ob wir noch Diamanten haben, deswegen. Ach so. Wir müssen dann vielleicht mal unten eine Höhentour machen. So schade, wie es ist. Aber die Diamantschaufel ist einfach überstark. Keine Ahnung warum. Wir haben keine Schaufel mehr. Aber ich kann eine machen. Wir haben Eisen. Ja, versuch es mal mit der Eisen-Schaufel. Ich wäre mal gespannt. Ne, wir werden sogar Gold. Das hier bringt ja gar nichts. Nein! Wow! Alter. What the fuck? Ich habe es. Du hast es? Hart. Du fällt, fällt very deep. Ich habe ja nur mein Mikrofon gepäht. Ach ja. Ach ja. Hätte nämlich gerade keinen P-P-P-P-P-P-P-P-P-Schutz drauf. Okay. So, auf geht's. Wolkenlöffel und ich will meine Sache wieder haben. Man hört nochmal gar nicht. Jetzt seid ihr dran. Jetzt bin ich draußen. Jetzt bin ich unten. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Warte. Drei, zwei, eins. Ey, sehr froh, dass du so schnell tippen kannst. Ich bin einfach ein Skiller. Nein, du bist einfach nur jemand, der schnell tippen kann. Das auch. Ich habe keinen Plan, wo ich bin, Alter. Ich auch nicht. Und ich habe auch keinen Plan, wo meine Sachen sind. Ich könnte jetzt quasi eine Höhentour anfangen. Doch, ich weiß, wo meine Sachen sind. Bist du unten oder immer noch oben? Genau. Bist du oben? Ja. Ich suche meine Sachen wieder. Also, warte mal. Hier habe ich Orientierungspunkt. Alter, ich habe nur noch zwei Herzen. Was geht? Was ist denn los? Für Kackenwolken, ey. Die regen mich immer auf. Die regen mich jetzt schon auf. Die regen mich so übelst auf. Also, es war aber jetzt auch mehr oder weniger Glück. Ich glaube, ich mache uns jetzt mal zwei Wassereimer. Nämlich, wenn du mit dem Wassereimer nach unten guckst und gedrückt hältst, dann platziert er den und du klatscht nicht unten auf. Okay. Das mache ich jetzt mal. Ich habe meine Sachen, glaube ich, gefunden. Okay, das ist cool. Ja, ich habe meine Sachen gefunden. Aber wie gesagt, das mit dem Wassereimer mache ich jetzt mal. Weil das ist verdammt praktisch. Wir haben noch zwei Wassereimer oben. Volle? Ich glaube schon, ja. Und wenn nicht, ist es nicht schwierig, sie aufzufüllen. Ich bringe trotzdem mal welche mit. Schaden tut es nicht. Das ist es nämlich dann mal ganz praktisch, einen Wassereimer dabei zu haben. Kinder, denkt dran. Nehmen wir mal ein Wassereimer mitnehmen. Alter, ist mir Inventar voll oder was geht ab? Ne, der Server lädt schon wieder. Ja, die Welt lädt nicht. Also irgendwie ist es gerade schön. Der Server bei Powered by Nitrado. Ich blende hier jetzt wirklich gleich einen Banner ein. So. Ich mache gleich per Open Broadcaster hier unten einen Banner hin. Powered by Nitrado. Und daneben schreibe ich. Immer wenn der Server abkackt, Powered by Nitrado. Daneben schreibe ich. Ja, mache ich mir da noch so einen Hotkey, weißt du. Ne, solltest du aber nicht machen, weil dadurch wird die Aufnahme verleckt. Das war bei mir auch so, sobald du mit einer Hotkey arbeitest und einer Szenen... Hier unten ist noch eine Diamantschaffel, ne? Ja, unten, aber nicht hier oben. Ich bringe dir die mal mit. Ja, mach das. Ich werde hier noch ein bisschen Quicksalsand abbauen. Das sind diese... Diese Legs! A! B! C! D! E! B! Kotz! Wolke! Alter! Alter! Was? Mit Smooth Lightning habe ich mehr FPS, das ist auch ein bisschen... Ah, gib mir mal die Diamantschaufel hier, geh mal her. Ich bring sie dir. Wo ist die? Ah, hier. Äh, hier ist noch eine ganz neue. Danke. Jetzt werden Wolken gekloppt, ey. Jetzt reicht's mir. Jetzt bin ich aggro. One-Hit-Schaufel. Jetzt gibt echt Kloppe. Jetzt bin ich schon das zweite Mal durch diese verkackten Wolken gestoßen. Jetzt hast du gleich mal deinen Eimer mitnehmen können. Kinder, Eimer. Ach ja. Ja. So. Die Wolkenjagd wurde eröffnet. Wolkenjagd-Saison. Genau. So, Moment. Jetzt wird erstmal schön. So. Ähm. YouTube. Musik. Und kommt Tech. Oh oh. So. Jetzt wird erstmal schön die Playlist geändert. Jetzt macht der Rage. So. Jetzt ist Schluss mit freundlicher Musik. Jetzt kommt die böse dunkle Musik. Dam, dam, dam. Nicht das, aber so ungefähr. Okay. Also du wirst es dann ja in meiner Folge sehen. Aber jetzt ist echt Essig mit Wolken. Die werden sich jetzt nicht mehr schön fühlen. Ich füge dich übrigens... Gehst du mal eben unten schlafen, bitte? Ich füge dich übrigens heute noch als Administrator meiner YouTube-Seite hinzu. Yay. Und jetzt bin ich schon oben. Aber egal, ich geh nochmal runter. Und dann kannst du meine Videos schon vorläufig sehen. Also bevor sie überhaupt veröffentlicht wurden. Das ist doch cool. Kann ich das... Musst du mal erzählen, wie das geht? Äh, wenn du dein YouTube mit Google Plus schon verknüpft hast... Ja, ja, hab ich schon lange gemacht. Dann hätt ich das Ding auch nicht machen können. Also ich musste das jetzt machen, weil... Naja. Ja, ich auch. Aber egal. Also da wo sind meine Sachen hin? Wo sind meine Sachen hin? Ich will meine Sachen. Ich will meine verdammten Leitungen Sachen. Ich will die jetzt machen. Nein, ich will die wirklich haben, weil da war unser gesamter Redstone-Vorrat dabei. Da war unser gesamter Blueberry-Vorrat dabei. Den findest du schon. Den findest du schon. Okay, ich hab... Ich hab Amor... Emeralds. Nee, nicht Emeralds, sondern... Gelbes und lila Zeug gefunden. Ich glaub, ich komm nicht aus dem Portei oben raus. Weil du hier alles zugebaut hast. Doch, an der einen Seite kommst du raus. Ja. An der linken. Hier sind ja schon wieder Wölkchen. So, ich hatte irgendwo angefangen... Zeug abzubauen. Ne, hier... Genau, hier war ich zuletzt. Jetzt verarschen die Wolken mich auch noch. Ja. Alter, dieser verdreckten Vögel, der... Dieser verdreckten Vögel. Durch diese Vögel bin ich fast gestorben. Auch noch tot. Könnte das Gras hier mal schneller wachsen. So, ist das... Ist das Redstone-Gedöns jetzt hier unten fertig? Weiß ich nicht. Alter, nein! Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich lass es einfach mal so. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Lass mich am Leben, du Scheißwolke. Lass mich am Leben. Lass mich am Leben. Also es scheint fertig zu sein. Alter, ich hab nichts zu essen und bin gleich tot, ey. Durch diese verkackten Wolken. Wo ist mein Essen? Wo ist mein fucking Essen? Da ist mein Essen auf der anderen Insel. Aber wieso sind die Druckplatten neben der Tür? Wie neben der Tür? Naja, neben der Tür. Was meinst du mit neben der Tür? Zwei Blöcke neben der Tür. Ach so, weil das vom Platte sonst nicht passt. Natürlich passt das. Das zeige ich dir. Was? Mach mal den Redstone Front hier ran, oder was? Alter, jetzt hab ich... Diese Wolken! Diese Wolken! Ich muss schnell runter. Ich muss da irgendwie schnell runter. I can fly. Fly so high. Lizenzprobleme. Geh mal, leck mich am Arsch, was? Du bist. Was? Alter, nein! Warte, ich bin gleich auch dran. Alter, drei Wolken. Drei Herzen. Zwei Herzen. Alter. Deine Scheißdruckplatten. Ah! Das hat mir jetzt gerade mal gereicht. Ist hier ein Schalter? Sind die weg? Man kommt von drinnen nicht raus. Sind die weg? So, ähm... Also da sind die Dinger immer noch. Du weißt, du kannst die nicht abstellen. Doch, klar kann ich die abstellen. Wenn ich sag, ich stell die ab, dann stell ich die ab. Da haben die sich halt daran zu halten. Ich bin hier master auf die Sastre. Alter, Alter! Warum sind die nicht weg? Warum sind die nicht weg? Warum sind die nicht weg? Oh, da. Nein! Nein! Enttäusche ich jetzt mal eben kurz, Tite. Ähm, aber ich will meine Sachen wieder haben. Oder direkt sind unsere Sachen. Und da will ich jetzt nicht noch warten müssen. Jetzt geht er doch runter! Lol! Deine Wolken sind scheiße. Ich muss die mal abbauen. Bau ruhig ab, was du abbauen willst. Ich will nur meine Sachen wieder haben. Ein Mann muss abbauen, was er abbauen muss. Ja, ein Mann muss abbauen, was er abbauen muss. Genau. Das wird ab heute unsere neue Philosophie. Ja. So, hier habe ich alles. Ich habe mir ja so T-Shirts trunken lassen damit. Spreadshirt. Ja. So. Weil ich hatte nämlich... Ich habe keine Ahnung, wie das argumentieren soll, dass ich jetzt cheatere. Diese Wolken, diese Wolken, diese Wolken, diese Wolken. Ja. Noch einer tot. Ich habe jetzt bestimmt schon 25 in dieser Folge getötet. Aber sie gehen nicht auf. Ich glaube, ich argumentiere erst gar nicht dafür oder dagegen, dass ich jetzt cheatere. Ich glaube, ich lasse es einfach im Raum stehen. Läuft. Ja, wenn irgendwelche Leute Kommentare schreiben, dann tun sie es sowieso aus ihrer eigenen Meinung raus. Und nicht aus meiner Meinung. Also. Geht mir das sowieso am Arsch vorbei. Oh mein Gott, er hat Arsch gesagt, wir müssen das Video zensieren. Er hat gesagt, die Kommentare gehen mir am Arsch vorbei. What the fuck. Oh mein Gott. Deabo. Deabonnieren. Gehen noch manche Kommentare, glaube ich, am Arsch vorbei. Ich mache mir jetzt noch... Ich muss mal... Warte. Also ich finde, diese Wolken sind so übelst OP eingestellt. Das geht mir gar nicht. Ich will mich gleich zu viel versprechen, ja. Das geht auf keine Menschenhäude. Was brauchen wir denn noch? Die Hose. Wo ist noch... Wo ist noch... Bist du im Eter? Ja. Bist du im Eter? Wie macht man denn den Ring? Dankeschön. So. Jetzt packen wir jetzt erstmal hier alles, was ich noch retten konnte. Sieh mich an. Ich bin OP. Nein. Eigentlich nicht. Hallo. Game Mode 0. Du kriegst auch so eine schicke Rüstung. Echt? Ja. Das ist doch toll. Du kriegst eine. Ich sammle jetzt aktiv Zanit. Damit du eine tolle Rüstung bekommst. Wenn du natürlich auf Erkundungsturm gehst, kriegst du auch eine. So. Mal gucken. So. Ich baue jetzt nicht. Ey. Hier kannst du dir Blaubeeren holen. Hol dir eine Blaubeere. Du Beere. Bau die Büsche doch lieber so in Zweier rein. Nö. Das geht schon. Ja doch. Balsens haben wir das Problem, dass wir die nie aufheben können und da drin rumbacken. Ich habe doch genug Platz hier. Ich konnte sie aufnehmen. Ja. Aber wir haben hier doch genug Platz drauf geschissen. Ich kann hier. Naja. Ich könnte sie in einer Zweierreihe machen. Theoretisch. Ist doch jetzt egal. Nein. Ich baue sie in einer Zweierreihe. Wie du das sagst. Nein. Es ist dein Let's Play. Ja. Ich weiß, dass es meins ist. Raus aus meinem Let's Play. Okay. So. Und jetzt will ich sehen, wie du das hier umbaust. Dass es. Dass die Knöpfe direkt vor der Tür liegen können. Mach ich. Mach ich. Direkt vor der Tür, ne? Ja. Mach ich. Das will ich sehen. Verwiss dich. Nein. Zum Beispiel brauchst du schon mal das hier nicht. Du brauchst einfach jetzt. So. Ja, warte mal. Hier muss ja clean Dings drüber. Stein. Hast du noch Stein? Ne. Wir arbeiten ja doch eh mit Gravel. Weil wir immer noch keine Sticks haben. Ich meine die Überdachung. Also das. Ja. Hä? Achso, du meinst Holy Stone oder was? Ja. Ja klar hab ich Holy Stone. Wie viel? 39. Ja, das reicht. Give it to me. Give it to me. Weißt du? Weißt du? Du nimmst es gerade selber auf, aber YOLO. Nö. Doch. Nö. Nö. Ich hab keinen Holy Stone. Ah. So, jetzt können wir auch mal wieder die Musik ändern. Jetzt können wir nämlich. Wir sind ja mit der Wolkenjagd fertig. Druckplatten? Druckplatten? Achso, ja, kriegst du gleich. Warte. Ich muss eben die Musik ändern. Ja, aber echt keine Kohle mehr. BTF? Ja, ich sage doch, dass wir keine Kohle mehr haben. Ich hab Kohle mit Metall. Ah, da ist sie hin. So. Ich brenne mir selbst. Stein. Oh, ich guck mal auf die Uhr. Wir sind ein bisschen lang drin. 18 Minuten. Easy. Jetzt machen wir Folgenende unter der nächsten Folge. Weiß ich, beweis ich, dass ich der Babo bin. Der Redstone-Babo. Ja, das glaubst du auch nur du. Ja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi Müsli. Und tschüss. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.